Patrick, du hast auch eine ganz besonders schöne Geschichte, wie du Svetlana kennengelernt hast. Du bist ein bisschen schüchtern. Patrick, hier habt ihr euch zum ersten Mal getroffen, stimmt's? Naja, sie ist eine Nutte. Ich habe ihr 120 Euro gegeben, sie hat es mir besorgt und tschüss. Tag, ich habe bezahlt, ich habe besorgt. Tschüss. Komm mal, Flamme, wenn wir nur reden, ich kriege trotzdem Geld, Tag. Uns kommt Igor. Igor? Da spielt noch eine dritte Person eine Rolle, das klingt nach Problemen. Aber Patrick, ich spüre auch, dass da noch ein Funke da ist. Nee, so toll war sie auch nicht und außerdem viel zu teuer. Ich hau jetzt ab. Moment, willst du Svetlana keine zweite Chance geben? Oh, tja. Tut mir leid. Wie viel war das noch gleich? 120 Euro? Französisch extra. Okay.